Hey Kameramagier, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial über Musikvideoeffekte in DaVinci Resolve. Auf geht's, fangen wir mit dem ersten Effekt an und das ist der Color Change Effekt, mit dem du verschiedene Farben hin und her drehen kannst und das lässt sich am besten kombinieren mit irgendeiner Transition oder so. Okay, also auf geht's. In DaVinci Resolve willst du zuallererst mal in die Color Page gehen von dem Clip, den du ändern willst. Dann willst du hier auf den Qualifier klicken und dieser Qualifier gibt uns die Pipette, mit der wir auswählen können, welche Farbe wir ändern wollen. Und dann gehen wir quasi über die Farbe drüber, die wir haben wollen. Und wenn wir uns jetzt hier oben unsere Selektion anzeigen lassen, dann sehen wir, es sind noch ein paar Dinge drin, die wir nicht haben wollen. Das heißt, wir passen unsere Auswahl so an, wie wir sie haben wollen und erhöhen hier auf jeden Fall noch unseren Blur Radius und unser die neuesten bisschen. So, damit haben wir jetzt eine Auswahl getroffen an Farbe, die wir ändern wollen und jetzt muss ich ganz einfach nur hier unten in den Primaries den Hue ändern. Und schon habe ich eine andere Farbe vom Auto. So, du solltest hierbei allerdings aufpassen, dass du keine Hautfarben mit in deinen Qualifier bekommst, weil ansonsten bist du am Ende grün. Okay, auf geht's zum nächsten Effekt. Der nächste Effekt ist ein Pixel Sorting Glitch Effekt. Und um den in DaVinci Resolve zu holen, gibt es ein kostenloses Tool von Chris Riddings, den du hier findest. Das habe ich dir unten verlinkt und den kannst du dann in folgenden Ordner speichern. Ich habe das für mich schon gemacht und ich zeige dir, wie du ihn anwendest. Okay, mit dem Clip Selected kannst du damit in Fuse gehen, also in Fusion, hier unten auf den Zauberstab. Und jetzt wollen wir hier mit Shift Space das Ganze suchen, indem du Pixel eingibst und dann hier haben wir Pixel Sorting. Und das wählen wir aus, klicken auf Add und fügen das hier mit Shift gedrückt ein, sodass das dazwischen hängt. So, und wenn das bei dir langsam ist, dann solltest du dir auf jeden Fall mal mein Fusion Cache Tutorial angucken, was ich da oben verlinkt habe. Und du siehst dann hier, so sieht's aus. Dann lass uns das Ganze mal tweaken, sodass wir auch einen schönen Effekt haben. Wenn wir diesen Effekt zum Beispiel nur in den Highlights haben wollen, dann ziehen wir einfach hier den Regeler hoch. Und schon haben wir das Ganze nur in den Highlights oder in den Midtones in dem Fall, in dem Gesicht. Aber in diesem Shot würde ich eher die dunklen Spots nehmen und dann ziehen wir einfach hier das Ganze von oben nach unten, bis ich nur die dunklen Sachen ausgewählt habe. Und schon siehst du, glitschen die vertikal, also von oben nach unten. Und wenn ich das umstellen will, dann kann ich einfach hier von Vertical auf Horizontal stellen. Und schon glitscht das Ganze horizontal. Und wenn ich will, kann ich das Ganze noch keyframen, indem ich einfach hier ein Keyframe aktiviere, das hier hochnehme und ein paar Frames nach vorne gehe und das Ganze runterziehe. Und dadurch geht der quasi ein und kommt immer mehr rein, so dieser Glitch. Bam! Und daraus kann man auch eine Transition bauen. Wenn du willst, habe ich das für dich schon gemacht. Kannst du dir unten unter der Beschreibung runterladen. Oh, apropos Transitions. Ich habe noch ein kostenloses Transition-Pack auf meiner Webseite, damit du deine Musikvideos aufpeppen kannst. For free. Gönn dir. Ein weiteres stilistisches Mittel, was viele Trap-Rapper nutzen, ist zum Beispiel sehr, sehr aufgeweichte und weiche Highlights zu haben, mit sehr viel Weichzeichner ringsherum. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. So, und um diese aufgeweichten Highlights zu bekommen, ist es ganz easy. Wir suchen uns einen Adjustment-Clip aus unserer Effects-Library und dann kann ich ganz einfach in den Adjustment-Clip reingehen, hier in Fusion, und suche mir hier einfach mit Shift-Space einen Lumakier raus. Dann gehe ich von meinem Media-In in den Lumakier, lasse mir den Lumakier mal anzeigen und möchte hier wirklich alles raus haben, bis auf meine Highlights. Anschließend hole ich mir hier eine Blur-Node rein und verbinde das Ganze hier mit. Wenn ich mir das anzeigen lasse, kann ich mir dann die Highlights blurren, also sehr, sehr weich zeichnen. Und das Ganze verbinde ich dann auch mit einer Merge-Node in den grünen Pfeil. Und schon habe ich hier das Vor- und Nachher mit sehr viel aufgeweichteren Highlights. Und wenn du so ein bisschen Cinematic-Flair haben willst, dann nimmst du ganz einfach in Blur den LogXY raus und jetzt hast du die Möglichkeit, die Blur-Size in X zu verlängern und damit kriegst du eher so einen charakteristischen, eher anamorphen Look mit den breiten Highlights hin. Oder du gehst halt Richtung Y und hast dadurch auch wieder einen anderen Look. Okay, der nächste Effekt ist noch viel einfacher und zwar Overlays nutzen. Wenn du zum Beispiel ein Overlay hast von Pixabay oder aus irgendwelchen Stock-Plattformen, dann kannst du das ganz einfach über deine Footage schauen und den Apply-Mode ändern. Ich zeige es dir. Ich habe mir hier ein Glitch-Overlay von Pixabay runtergeladen und das ziehe ich ganz einfach über meine Footage drüber und habe jetzt die Möglichkeit, einfach im Composite-Mode von Normal auf Screen zu stellen. Und schon habe ich das Overlay auf meiner Footage. Und so kannst du ganz viele unterschiedliche Effekte über deine Videos drüberlegen. Nur denk daran, dass die, die schwarz gemalt werden sollen, dass die nicht auf Screen gestellt werden, sondern auf Multiply. Diese Textures kannst du auch nutzen, um dein Bild zu verzerren. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Also ich habe hier meinen Glitch-Overlay und hier meine Performance. Die schiebe ich beide untereinander, markiere beide mit Rechtsklick drauf in einen Fusion-Clip. So, dann gehe ich in Fusion hinein und jetzt habe ich beides so zusammen. Und dann möchte ich nichts anderes tun, als mit Rechtsklick auf die Merge zu gehen und dann unter Replace-Tool bis nach ganz unten zu Warp zu gehen und dort Displays zu nutzen und dann auf OK zu drücken. Wenn ich jetzt die Refraction-Strength erhöhe, wird das Ganze verzerrt. Und wenn du jetzt die Helligkeit von deiner Displacement-Texture nochmal haben möchtest, dann suchst du dir einfach eine Merge aus, fügst sie hier dahinter ein, gehst damit in deine Merge und stellst hier auch wieder Screen ein und passt den Gain so an, wie du haben willst. Und schon hast du einen geilen Glitch-Effekt. Übrigens kannst du mit derselben Technik auch ein Loch in den Screen ballern. Ein Video dazu habe ich dir schon da oben gezeigt. Und wenn du wissen willst, wie du dich in ein Graffiti verwandelst, dann schau doch das Video hier drüben an. Viel Spaß dabei!